Professionelle, aus Edelstahl gefertigte UVC-Geräte sorgen für klares Wasser im Garten, Koi und Schwimmteich, indem sie durch ihre ultraviolette Strahlung Keime reduzieren, die für eine unerwünschte Algenbildung verantwortlich sind. Durch eine reflektierende Beschichtung des Innengehäuses wird die Effizienz des UVC-Leuchtmittels um bis zu 35% erhöht. Die FIAP-UVC-Aktiv-Edelstahlgeräte bekämpfen effektiv Algen und vermindern die Zahl krankheitserregender Keime und Bakterien im Teich. Dadurch wird konsequent für klares und gesundes Wasser gesorgt. Die FIAP-UVC-Aktiv-Edelstahl